Wir finden das schon einen einzigartigen Vorstoß in Berlin, in Deutschland generell. Da wollen wir natürlich a mit profitieren, wenn wir uns als Rathauscenter Pankow für Pankow, für unsere Nachbarschaft einsetzen wollen, dann gehört da natürlich auch die lokale Händlerschaft mit dazu und dort einfach eine Klammer zu bilden zwischen unseren Händlern und zwischen unseren Kunden. Ich glaube, dass das Rathauscenter Pankow schon immer für die Nachbarschaft, für Pankow da war. Dieses Profil versuchen wir aber natürlich zunehmend noch zu schärfen, weil wir so schön seine Stärken stärken und genau das möchten wir damit dann auch erreichen. Wir arbeiten permanent daran, uns das Einkaufserlebnis für den Kunden zu verbessern.